Spannend für mich sind einfach die Ideen. Ich freue mich über jeden Preis, der vergeben wird, denn jeder Preis ist eine Idee, die nachgeahmt werden sollte. Wir haben so viele tolle Inspirationen bekommen und jede einzelne, die sich wiederholt, indem jemand sagt, Mensch, das könnte ich auch, das ist eigentlich positives Kopieren im besten Sinne. Das begeistert mich an diesem Preis. Die Idee, die Inspiration, die Freude am Lesen. Unsere Produkte sind für Kinder. Wir haben Materialien für Schulen, für Kindergärten, für Bildung. Man kommt dann so dazu, dass man sagt, man spendet immer viel, man spendet immer klein, man spendet immer für diffuse Projekte. Aber wenn man auf die Idee kommt und sagt, wir möchten mal einmal was Großes machen. Wir möchten das zusammenfassen, wir möchten etwas bewegen und etwas bewirken. Dann ist natürlich so ein Preis eine wunderbare Gelegenheit, dass man sagt, hier hat man nachhaltige Wirkung. Und durch die Nachahmung hoffen wir, dass wir die Leseförderung auch weit in die Masse tragen, in die Breite tragen.